Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Mit dem Cadence zeige ich euch hier ein Modell aus der neuen Brooks-Serie Pure Project. Der Cadence ist aufgrund seiner Bauweise der stabilste Schuh aus der Pure Project Reihe. Er vereint ein direktes Laufgefühl mit diskreter Dämpfung und der nötigen Stabilität. Generell sind die Modelle der Pure Project Reihe auf das Wesentliche reduziert und glänzen durch fünf innovative Techniken. Die abgerundete Ferse verlagert den Fußaufsatz nach vorne und verhindert so Belastung. Die umweltfreundliche DNA Biomogo Zwischensohle sorgt für ein dynamisches Laufgefühl und für eine effektive Dämpfung. Ein elastisches Band im Mittelfußbereich passt sich individuell deinem Fuß an und gibt dir sicheren Halt in der Abrollbewegung. Der spezielle anatomische Leisten bietet dir eine handschuhähnliche Passform und ein perfektes Tragegefühl. Ein ganz besonderes Merkmal aller Pure Modelle ist die Auskerbung im Bereich der Großzehe. Und die verleiht dir viel Flexibilität im Vorfußbereich und gibt dir Stabilität in der Abdruckphase. Wenn du bisher gestützte Schuhe gelaufen bist und jetzt richtig Lust auf ein schön direktes flexibles Laufgefühl hast, dann liegst du mit dem Brooks Pure Cadence genau richtig. Du bekommst diesen tollen Schuh in allen Runners Point Filialen oder kannst ihn direkt hier bestellen in unserem Online-Shop unter www.runnerspoint.com.